DER DISTRUK 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 Hallo! Edmo, weg hier! Pass auf! Endlich mal getroffen! DER DISTRUK DER DISTRUK Dein Freund zu sein war schon immer ein Abenteuer. Ja, nicht wahr? Edmond Dantes hatte eine vielversprechende Zukunft Hey! Und eine Liebe... Du hast mir so sehr gefehlt. ...um die ihn jedermann beneidete. Wenn ich das Geld für den Ring habe... Ich brauche keinen Ring. Wirklich nicht. Auf Anordnung des Magistrats von Marseille sind Sie verhaftet. Ich verlange eine Erklärung. Du hast mich verraten. Warum tust du das? Das ist kompliziert. Ich verstand nie ganz, warum Sie ihn verraten haben. Aber nun, da ich seine wunderschöne Verlobte gesehen habe, ist es mir vollkommen klar. Ich bin unschuldig. Ich schrieb Mercedes, dass Edmond und Hess hingerichtet wurde. Ich rate Ihnen. Suchen Sie Trost bei Ihrem guten Freund hier. Nein! Sie waren doch Soldat. Sie haben eine Waffe geführt. Unterrichten Sie mich. Gut. Zu gut. Sie sprachen von Flucht. Als Gegenleistung für Ihre Hilfe biete ich Ihnen etwas Unbezahlbares. Den Schatz von Monte Cristo. Folge den Hinweisen. Du bist wahrscheinlich reicher als jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt. Was willst du dir kaufen? Rache. Ich werde meinen Namen ändern. Ich werde ein Graf sein. Mesdames, Messieurs, der Graf von Monte Cristo. Der Tod wäre zu gut für Sie. Sie müssen leiden, wie ich gelitten habe. Ich bin ein Graf. Kein Heiliger. Monte Cristo.